Tausende Abonnenten! Vielen, vielen Dank! Deswegen ein kleines Abo-Special für euch und zwar 10 Fakten über mich. Bisher habe ich mit der Canon 650D gedreht. Seit diesem Jahr jedoch drehe ich mit der Canon 70D. Ich studiere zurzeit Sozialpädagogik und Organisationspädagogik. Ich habe einen etwas jüngeren Bruder und er hat mein Yu-Gi-Oh! gespielt, doch leider jetzt nicht mit. Vor zwei Jahren hatte ich bereits einen anderen Kanal. Und irgendwie kam das nicht so gut an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Play. Heute Folge 128. Hier erstelle ich eine Welt bzw. ich erstelle eine neue Welt. Ich klicke auf, drücke Neue, spielen und dann geht's auch los. Hier ist der geile Bildladabit schon. Den liebt ihr ja alle so auf jeden Fall. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ihr kennt das ja, aber da kann ich ja wieder ein bisschen was erzählen. Und so, heute ist mir echt was richtig Krasses passiert. Ich hatte gar keinen Bock, was aufzunehmen und dann, boah, hatte ich doch Bock. Das war schon heftig. Ja, das war so von mir. Der Lied immer noch. Ich bin Linkshender. Wir sind hier mit Farina. Und woher sollte man dich eigentlich kennen? Ich bin die Editorin deiner Videos. Ach ja, stimmt. Ich spiele schon seit 2002 Yu-Gi-Oh. Gehe doch auf Turnieren erst seit der Erweiterung von Strike of the Nails. Wie alt ich bin? 23. Hier ein kleiner Ausschnitt, welche Kanäle mich inspirieren. Mein Name ist Alenthi Yoh. Und nur für eine Dreg oder Sekunde eine Woche können wir diesen Leuten helfen. High five! Wenn es so weit sein sollte, dann bin ich vorbereitet. Die Karte ist 50 Euro wert. Und ein kleiner Spoiler zum Schluss. Ich bin bei der German YouTuber League 2017 dabei. Bis zum nächsten Mal. Also wir sehen uns personen. Tschüss. Fürinker Karte mit Fski bis son extrem ist . Wir können euch bald beide Parts ist